Innovate customers, not products. Wir müssen den Kunden dessen Job to be done erleichtern und wir müssen den Kunden den Job to be done ermöglichen. Der Kunde heisst Kunde, weil er immer wieder kommt. Die Customer Journey ist das A und O. Wenn man den Customer Journey nicht versteht, kann man nicht effizient sein im Marketing. Also das ist evident und das ist klar. Wir müssen tools und Instrumente haben, um den Kunden im Laufe dieser Reise zu begleiten. Am Morgen hat mir sehr gut gefallen, der Herr Michel, der natürlich sagt, dass die Customer Journey ganz früh anfängt. Und das möchte ich eigentlich mit heilen. Wenn man wirklich daran denkt, was der Job to be done ist, wenn man versucht seinen Kunden zu verstehen, dann kann man wirklich was ordentliches machen und auch spannende Sachen machen. Sehr cool. Coole Keynotes, cooler Insights, cool Digital Transformation, Customer Experience Insights. Ja, gut gefallen. Ja, gut gefallen. S garder Plan empire. Ja, gut gefallen. Ja, gut gefallen. Vielen Dank.